Nachdem wir das letzte Mal die Etappe von Hilbertstein nach Greffenberg unterbrechen mussten, weil sich bei meinem Mann die Schuhsolle gelöst hat, machen wir heute die kurze Ergänzung und starten in der Nähe von Kematen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist sehr schade, dass man noch keine Gerüche in Videos einbauen kann, denn wir gehen gerade durch einen unglaublich duftenden Holunde Canyon. Und das Heu duftet auch umwerfend. Und das Heu duftet. Und das Heu duftet auch umwerfend. Und das Heu duftet auch umwerfend. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020